Sehr geehrter Herr Staatssekretär, meine Herren Generale, lieber Herr Felgentreu, meine sehr geehrten Damen und Herren, das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold und die Gedenkstätte Deutscher Widerstand erinnern heute zum fünften Mal an den jungen Arbeiter Erich Schulz und damit an jene Menschen, die wegen ihres Einsatzes für die Weimarer Republik vor 1933 ermordet wurden. Erich Schulz wurde am 25. April 1925 von einem Rechtsextremisten erschossen. Als Erich Schulz erschossen wurde, war er gerade 27 Jahre alt. Mit seiner Reichsbanner Kameradschaft Kreuzberg sicherte er einen Wahlkampfumzug der demokratischen Parteien. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold setzte sich bei dieser Wahl für den Kandidaten des demokratischen Volksblocks ein, den katholischen Zentrumspolitiker Wilhelm Marx. Erich Schulz wurde auf diesem Friedhof unter großer Anteilnahme der Organisationen der Arbeiterbewegung beigesetzt. Sein Grab war bis 1933 der Ort beeindruckender republikanischer Demonstrationen und überdauerte zu unserem Glück die nationalsozialistische Diktatur. Wir sind heute nicht die Tausende, die Sie auf einer Gedenkfeier für Erich Schulz auf dem Foto hinter mir sehen. Wir erinnern aber heute an ihn und stellvertretend an jene Menschen, die sich vor 100 Jahren für die deutsche Demokratie eingesetzt haben. Diese Tradition hat trotz unseren Erfahrungen mit Krieg und Pandemie in den letzten Jahren in Europa nichts von ihrer Bedeutung verloren. Denn die Erinnerung an demokratische Traditionen in der Weimarer Republik und hier an das Reichsbahner Schwarz-Rot-Gold helfen uns, unsere eigenen Positionen immer wieder zu überprüfen. Ich freue mich sehr, dass Sie, sehr geehrter Herr Staatssekretär, heute zu uns gekommen sind und nachher zu uns sprechen werden. Im Anschluss an Ihre Rede werden wir gemeinsam zum Grab von Erich Schulz gehen und dort die Grenze niederlegen. Ich danke dem Team der Gedenkstätte Deutscher Widerstand herzlich für die Vorbereitung dieser Veranstaltung. Jetzt darf ich Sie, lieber Herr Felgentreu, als Vorsitzender des Reichsbahner Schwarz-Rot-Gold nach vorne bitten und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, lieber Herr Prof. Tuchel, Ihnen und Ihrem Team auch im Namen des Reichsbahners großen Dank für Ihre immer zuverlässige Unterstützung und engagierte Unterstützung für insbesondere diese Veranstaltung, aber auch weit darüber hinaus. Meine Damen und Herren, wir gedenken heute eines Mannes, der vor 98 Jahren sein Leben gegeben hat im Einsatz für Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat und für eine gelebte demokratische Kultur. Aber wir tun das in einer Zeit, wo wir uns, denke ich, alle schmerzlich bewusst sind, dass alle Errungenschaften, auf die unsere Republik stolz sein kann und die unser Zusammenleben so wertvoll machen, keine Selbstverständlichkeit sind. Gestern hatte Maria Kalesnikova Geburtstag, die in irgendeinem belarussischen Gefängnis vor sich hin schmachtet, weil sie genau für diese Werte eingetreten ist in ihrem Land. Der russische Oppositionsführer Alexej Nawalny sitzt seit inzwischen 828 Tagen aus den gleichen Gründen im Gefängnis, nachdem er den Versuch, ihn zu vergiften, knapp überlebt hat. Das ist die Welt, in der wir leben. Und wir sollten uns nicht einbilden, dass unsere Demokratie ohne Feinde sei und dass sie gänzlich ungefährdet und unbesorgt in eine sichere Zukunft blicken könnte. Sich das immer wieder zu vergegenwärtigen, das ist, denke ich, der eigentliche und tiefere Sinn von Veranstaltungen wie dieser, dass wir eben nicht nur eine Tradition hochhalten, nicht nur eines verdienten Berliners gedenken, sondern dass wir uns auch darüber klar werden, was sein Leben und sein Sterben mit uns zu tun hat und wie es uns motivieren kann für unser Tun in unserer Zeit. Dass wir das heute tun können, ist auch dadurch möglich, dass so viele von Ihnen sich den gleichen Zielen, den gleichen Werten verpflichtet fühlen. Ich freue mich sehr, in so viele bekannte und weniger bekannte Gesichter zu blicken, dass wir so eine schöne Veranstaltung gemeinsam miteinander begehen können. Ganz besonders herzlich begrüßen möchte ich außer dem bereits erwähnten Professor Tuchel, der uns begrüßt hat, den Generalmajor Andreas Henne, den stellvertretenden Befehlshaber des Territorialen Führungskommandos, Herrn Brigadegeneral Jürgen Uchtmann, den Kommandeur des Landeskommandos Berlin und Herrn Oberstleutnant Hans Domrich, den Kommandeur des Wachbataillons, Ihnen und Ihren Männern und Frauen auch herzlichen Dank für die organisatorische Unterstützung und Begleitung, protokollarische Begleitung dieser Veranstaltung. Aber ganz besonders herzlich begrüße ich unseren Redner heute, den Staatssekretär im Bundesministerium des Inneren, Mahmoud Özdemir. Lieber Mahmoud, wir sind sehr gespannt auf deine Worte. Herr Staatssekretär, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, lieber Fritz, sehr geehrter Professor Tuchel, verehrte Ehrengäste, die Sie sich heute hier eingefunden haben zu dieser Gedenkveranstaltung. Zunächst möchte ich Ihnen im Namen der Bundesregierung für die Ausrichtung dieser wichtigen Erinnerungsveranstaltung danken und es ist mir auch eine Ehre, heute an diesem Ort und in Ihrem Kreise für die Bundesregierung sprechen zu dürfen. Erschlagen, erstochen, erschossen. Die Erinnerung an den Todestag von Erich Schulz ruft uns ins Bewusstsein, dass Freiheit und Demokratie auch in unserem Land keine Selbstverständlichkeit sind. Die Erinnerung an die ermordeten Angehörigen des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold steht exemplarisch für die Erinnerung an die vielen Opfer des rechtsextremen Faschismus, die ihre Überzeugungen und ihren Widerstand mit dem Leben bezahlt haben. Wir vergessen zu leicht oder erinnern uns auch zu selten, dass es in unserer deutschen Geschichte etwas kostete, die eigene Meinung und Haltung öffentlich einzunehmen, im schlimmsten Falle nämlich das eigene Leben. Das Gedenken an die Opfer ist zugleich eine Verpflichtung, eine Verpflichtung, demokratiefeindliche Bestrebungen schon im Ansatz zu bekämpfen und aktiv für die Werte von Freiheit und Demokratie einzutreten. Eine Verpflichtung, die heute aktueller ist denn je. Eine Verpflichtung, die von der Gesellschaft in die Gesellschaft ausgeübt werden muss und von der Politik auch in die öffentliche Verwaltung und all ihre Behörden. Es ist zwar lange her, dass der Kampf für die Werte der Demokratie innerhalb Deutschlands mit Waffengewalt ausgefochten wurde. Aber beinahe 100 Jahre trennen uns von der Zeit, in der sich die Mitglieder des Reichsbahners in den Straßen den Schlägertrupps der SA entgegenstellten, Wahlbeerbung für demokratische Parteien und Kandidatinnen und Kandidaten ermöglichten und zivilgesellschaftliche Veranstaltungen mit ihren Saalschutzeinheiten auch absicherten. Seit Ende des Zweiten Weltkrieges, spätestens seit der Wiedervereinigung, hat die bewaffnete Verteidigung unserer demokratischen Werteordnung durch Organisationen wie das Reichsbanner dann keine große Rolle mehr gespielt. Dennoch, die Bedrohung unseres freiheitlichen Staates lauert nach wie vor auch in unserer Gesellschaft. Der deutsche Rechtsextremismus ist weiterhin eine, aus meiner Sicht sogar die größte Gefahr für unsere republikanischen Werte. Das zeigen nicht zuletzt die jüngsten Razzien im Reichsbürgermilieu deutlich, bei denen auch ehemalige und aktive Soldaten beteiligt waren. Wir gehen das Thema Verfassungsfeinde im öffentlichen Dienst an und lassen als Bundesregierung keinerlei Zweifel daran, dass wir weder im Verborgenen noch aus falsch verstandenen Loyalitäten demokratiefeindliche Aussagen innerhalb der Verwaltung, innerhalb der öffentlichen Verwaltung durch öffentliche Amtsträgerinnen und Amtsträger dulden werden. Zugleich führt uns seit dem 24. Februar 2022 der russische Angriffskrieg auf die Ukraine eines ganz klar vor Augen. Wir sehen uns heute in einer Lage, in der wir es nicht mehr ausschließen können, dass selbst ein Mitglied der NATO angegriffen wird und sich dann für uns die Frage stellt, welchen Beitrag wir als Deutsche im Rahmen unserer Bündnisverpflichtung zu leisten verpflichtet und auch zu leisten bereit sind, um auch den bewaffneten Kampf für die Werte von Freiheit und Demokratie und auch des Völkerrechtes zu unterstützen, der sich im Osten unseres Kontinents nach dem russischen Völkerrechtsbruch seit nunmehr über einem Jahr als heißen Krieg auch niederschlägt. Und auch in unserem Land für Auswirkungen beispielsweise Versorgungssicherheit mit Energieträgern, aber auch anderer Prioritätensetzungen in unserem Bundeshaushalt auch niederschlägt, wenn wir gerade an das Sondervermögen für die Bundeswehr denken. Meine Generation, ich bin Jahrgang 87 und habe das Privileg und die Ehre vor Ihnen sprechen zu dürfen. Meine Generation ist im Frieden aufgewachsen. Wir kennen Krieg aus Geschichtsbüchern. Wir kennen Krieg nur als abstrakte Erzählung. Und nunmehr darf ich oder muss ich als Verantwortungsträger im Deutschen Bundestag und als Mitglied der Bundesregierung darüber entscheiden, wie wir die Sicherheit unseres Landes, wie wir die Integrität und Sicherheit Europas, aber auch die Integrität eines übergeordneten Ziels, nämlich das Völkerrecht und die Stärke des Rechtes, nicht nur in Europa, sondern auch auf der Welt mit Bündnispartnern zur Geltung verhelfen. Vor diesem Hintergrund ist es mir besonders wichtig, auch zu betonen, dass die zivile und die militärische Komponente des Kampfes gegen die Feinde der freiheitlichen Demokratie dasselbe Ziel verfolgen und wie ein Getriebe auch ineinander greifen und sich ergänzen. Es bedarf nicht nur gut ausgestatteter Behörden in Verfassungsschutz und Polizei, sondern auch einer modernen, eben schlagkräftigen Bundeswehr. Die Bedeutung der Werte unseres Grundgesetzes, aber auch die Bedeutung der Werte, für die Erich Schulz, den wir heute ehren, zu dessen Ehren wir zusammengekommen sind, damals eingestanden ist, die Werte von Republik und Rechtsstaat, Freiheit und Frieden, von Wert und Würde des Einzelnen können gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Wir haben heute das Glück, dass wir in einer Republik leben, in der wir, beziehungsweise in der die weit überwiegende Mehrheit diese Werte trägt und in der eine wirksame und allseits geachtete Verfassung sie als verbindliche Richtschnur für jedes staatliche Handeln auch vorgibt. Erich Schulz war dieses Glück nicht vergönnt. Doch die Werte, die ihn bewegt haben, im Jahr 1924 dem Reichsbander beizutreten, waren dieselben, die heute unser Grundgesetz auch prägen und die unsere westlichen Gesellschaften auszeichnen. Es gab nämlich den Bedarf, sich den paramilitärischen, diesen rechten Verbänden entgegenzustellen, weil der Staat in dieser jungen Phase der Demokratie es nur unzureichend tat und so bedarf es oder bedurfte es, der Mitglieder des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold genau diese Überzeugungen beziehungsweise Möglichkeiten auch für Veranstaltungen demokratischer Parteien und deren Wahlbewerberinnen und Wahlbewerberaufstellungen zum Beispiel, wie wir das gerade gesehen haben, auch abzusichern. Der Grund für die Existenz des Staates, da kann man jetzt weit und viel darüber philosophieren. Aus meiner Sicht ist es zum gegenwärtigen und zum heutigen Anlass, die Würde des Einzelnen zu wahren, die individuelle Selbstbestimmung in allen Fragen der persönlichen Lebensführung zu achten und die gleichberechtigte Teilhabe aller zu ermöglichen. Grundrechte sind Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat und nicht umgekehrt. Erich Schulz hätte eine Abwehr gebraucht, die auch ihn geschützt hätte. Ohne die Würde des Einzelnen zu achten, können Staat und Politik keinen Rückhalt für ihre Projekte finden. Ohne rechtsstaatliche Institutionen können wir Fehler nicht rechtzeitig korrigieren und ohne die Verpflichtung auf die gleichberechtigte Teilhabe aller der Politik der notwendige Kompass, um in die richtige Richtung auch voranzuschreiten. Akzeptanz von Entscheidungen, Akzeptanz des Staates braucht Demokratie. Demokratie braucht Transparenz und Freiheit, aber auch die höchste Transparenz und Freiheit ist nichts ohne das Vertrauen. Und dabei das Vertrauen auch in die Integrität von Abgeordneten, von öffentlicher Verwaltung, von Regierungsmitgliedern ist zugleich ein wichtiger Stabilisator für unsere repräsentative Demokratie. Es zeigt sich aber vor allem auch in der Aufgabe der globalen Friedenssicherung. Wir sehen im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, welches Unheil eine diktatorisch geführte Armee über die Welt bringt. Wir sehen darin zugleich umgekehrt, dass nur eine Armee, die den Werten von Demokratie und Republik fest verhaftet, verwurzelt ist, einen wirklichen und nachhaltigen Beitrag zur Verteidigung des Friedens in der Welt leisten kann, aber auch zur Verteidigung und zur Sicherung des eigenen Landes. Wir können zu Recht stolz sein auf die republikanischen Errungenschaften, die unsere Bundeswehr heute prägen. Der Status als Parlamentsarmee, der Grundsatz der inneren Führung, der Vorrang des Gewissens vor dem Gehorsam. All dies sind die unverzichtbaren Grundlagen dafür, dass von deutschem Boden nie wieder ein Angriffskrieg ausgeht und dass die Bundeswehr eine Armee ist, die wirklich und wahrhaftig zur Verteidigung von Freiheit und Frieden in Deutschland, aber auch der ganzen Welt eingesetzt wird. Das Gedenken an historische Vorbilder wie Erich Schulz hilft, uns daran zu erinnern, dass wir auf die Errungenschaften von Freiheit und Demokratie besonders achtgeben müssen. Erich Schulz hat nicht in der großen Politik mitgemischt und er hat keine universitären Debatten geführt. Als parteiloser Veteran und einfacher Lagerarbeiter hat er sich entschieden, dem Reichsbahner beizutreten und das zu geben, was er geben konnte. Seine Kraft, seine Zeit, seine Einsatzbereitschaft, aber auch sein Leben. Sich ohne materiellen persönlichen Vorteil für die Werte für die Republik einzusetzen, aktiv für sie zu werben und dabei das einzubringen, was man hat, dafür steht die Mitgliedschaft des Erich Schulz im Reichsbahner Schwarz-Rot-Gold. In der Verteidigung der Republik vor Gefahren nicht zu weichen, den Feinden der Demokratie, den Feinden der Menschlichkeit entschlossen gegenüberzutreten und sich entgegenzustellen, dafür steht sein viel zu früher Tod, an den wir uns heute erinnern. Die Arbeit des Reichsbahners und der Gedenkstätte Deutscher Widerstand hält diese Erinnerung wach und auch an dieser Stelle möchte ich nochmal Dank aussprechen im Namen der Bundesregierung für dieses Wachhalt. Unter anderem durch die heutige traditionsreiche Erinnerungsveranstaltung, deren Ursprung bis ins Jahre 1926 zurückreicht und die Sie seit 2017 so zuverlässig und so würdevoll organisieren. Deshalb haben wir uns heute zusammengefunden und auch zusammenfinden können. Ganz wichtig ist aber auch die tägliche Arbeit des Reichsbahners, die auch im Alltag dafür sorgt, dass die Werte, für die Erich Schulz eingestanden ist, nachhaltig in unsere Gesellschaft hineinwirken. Ich denke hier vor allem an die Bildungsarbeit des Reichsbahners, an Seminare, an Publikationen und Ausstellungen, die dabei helfen, die demokratische und republikanische Staatsgesinnung in der Bevölkerung weiter zu festigen. An dieser Stelle soll auch die große Bedeutung des kontinuierlichen Kampfes gegen den Antisemitismus Erwähnung finden, deren Tradition sich beim Reichsbahner bis hin zum Gründungsaufruf aus dem Jahre 1924 auch zurückverfolgen lässt. Und gerade der Kampf gegen Antisemitismus ist, glaube ich, heute auch aktueller denn je, wenn man sich teilweise Ausrufe, teilweise diese schändlichen Pöbeleien gegen jüdisches Leben in Deutschland anguckt und auch dafür und deren Bekämpfung steht und stand das Reichsbahner. Wir können den Bedrohungen der Republik natürlich nicht nur nackte Werte entgegensetzen, sondern zur Verwirklichung dieser Werte brauchen wir Herzblut. Wir müssen aber auch mit den Vollstreckungsbehörden notfalls diese Werte verteidigen. Wir sind eine wehrhafte Demokratie. Wir müssen Entscheidungen treffen und wenn wir gemeinsam der Auffassung sind, dass Verfassungsfeinde eine Grenze überschritten haben, dann müssen wir ihn auch mit allen möglichen Instrumenten und Mitteln dieses Rechtsstaates auch entgegentreten. Wir brauchen aber auch neben Vollstreckungsbehörden Symbole und Vorbilder, die uns bewegen, die uns etwas sagen, die uns vielleicht auch in den Momenten, wo wir zu verzagen drohen, nochmal ein leuchtendes Beispiel sind. Nehmen wir uns als eines dieser Symbole und leuchtenden Beispiele etwa den traditionsreichen Adler im Wappen des Reichsbahners, der uns dazu inspiriert, unsere Aufgabe mit breiter Brust auch anzugehen. Wir waren gerade noch kurz auf dem Weg hierher an dem Grabstein und haben die leuchtenden Farben Schwarz-Rot-Gold auch begutachten dürfen. Dieser Adler steht seit jeher für die Werte des deutschen Republikanismus und dass er heute nicht nur in ungebrochener Tradition den Grabstein von Erich Schulz, sondern auch die weltweit zugängliche Internetpräsenz des Reichsbahners ziert, zeigt uns die Stärke und die Dauerhaftigkeit der Werte, die er verkörpert. Und auch aus eigener persönlicher Anschauung kann ich Ihnen sagen, dass ein solches Symbol, eine Begründungsreserve, eine Instanz, möchte ich fast sagen, dazu ermuntern kann und auch dazu befähigen kann, über seine eigenen Grenzen hinaus zu gehen und den Mute nochmal zu steigern für eine Tat, die gerecht ist, für eine Bekämpfung von Verfassungsfeinden. Auch dafür steht das Reichsbanner in seiner Gemeinschaft. Wichtig sind neben Symbolen aber auch gerade historische Vorbilder und eines dieser Vorbilder ist Erich Schulz. Wir brauchen die in dieser Lebensgeschichte, die in diesem Symbol liegende Zuversicht, dass der Widerstand gegen die Feinde, gegen unsere Feinde der Republik auf lange Sicht auch Erfolg verspricht und dass das Opfer eines viel zu frühen Ablebens, eines Todes, einer Ermordung nicht umsonst sei. Wir können vor allem nur mit einem eigenen positiv besetzten Traditionsbewusstsein auch den Versuchen und ich betone den schändlichen Versuchen von rechts entgegentreten, die Geschichte zu verdrehen und für sich zu vereinnahmen. Es ist nicht Ihre Geschichte, es ist unsere deutsche Geschichte, es ist eine deutsche Geschichte, für die wir Verantwortung übernehmen, aber wo wir auch ganz deutlich machen, was nie wieder geschehen darf und wir diese Erinnerung wachhalten und zwar gemeinsam. Denn der Kampf für die Werte von Demokratie und Republik wird eben nicht in einem historischen Vakuum geführt. Er ist zu führen, wenn wir gleich nach der Kranzniederlegung rausgehen, auf die Straße gehen. Dieser Kampf gegen Verfassungsfeinde wird von einem jeden, ein jeder von uns in seiner Nachbarschaft, in seinem Bekanntenkreis geführt. Nämlich, indem wir uns gegenseitig dazu ermuntern, als Gemeinschaft Verfassungsfeinden gemeinsam entgegenzutreten. Keiner ist verpflichtet, diesen Kampf alleine zu führen. Wir müssen dies, Gesellschaft, Politik, Sicherheitsbehörden, Zivilgesellschaft gemeinsam miteinander tun. Diese vielmehr erreichen diese Traditionslinien des Kampfes gegen den Faschismus von Erich Schulz, auch über die Rotamisten, die auf den Selower Höhnen begraben liegen, bis zu den Soldatinnen und Soldaten der ukrainischen Armee, die sich heute Putins Angriffskrieg entgegenstellen und ihre Freiheit verteidigen. Nur ein Bewusstsein dieser Zusammenhänge und nur eine wache Erinnerung geben uns die Leidenschaft, die wir brauchen, um unsere schwierige Aufgabe auch zu erfüllen. Und die heutige Erinnerung an Erich Schulz und mit ihm an alle Opfer des Nationalsozialismus schließt genau daran an. Unser gemeinsames Gedenken soll motivieren. Es soll auch andere Bürgerinnen und Bürger ergreifen, genau sich diesen Werten zu verschreiben und auch den Verfassungsfeinden entgegenzustellen. Und all das ist nur möglich, stellvertretend Herr Vorsitzender, an Sie gerichtet durch Ihr verdienstvolles Engagement, aber auch verbunden mit dem großen Dank eben an das Reichsbanner schwarz-rot-gold. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich Ihnen dafür abschließend nochmals meine persönliche Anerkennung, aber auch die Anerkennung der Bundesregierung und meinen aufrichtigen Dank und Respekt aussprechen. Halten wir die Erinnerung gemeinsam wach. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf das würdevolle Begehen der Kranzniederlegung. Herzlichen Dank. Herr Staatssekretär, ganz herzlichen Dank für Ihre nachdenklich machenden Worte, die einen großen Bogen geschlagen haben. Ich danke auch für den Dank, den Sie an uns gerichtet haben, an beide Organisationen, die das hier veranstalten, auch das motiviert. Vielen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie bitten, dass wir uns jetzt aus der Trauerhalle heraus zum Grab vom Erich Schulz begeben, wo wir entsprechend jetzt dann die Grenze niederlegen werden. Vielen Dank, dass Sie heute unsere Gäste gewesen sind. Dankeschön. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020